Früher lebten die Drachen mit den Menschen in Eintracht. Doch es kam der Tag, da wollten die Menschen das Land und die See für sich alleine haben. Und die freien Drachen erwähnten den Wind und das Feuer für sich. Von diesem Zeitpunkt an blieben Menschen und Drachen voneinander getrennt. Wenn die Drachen sich nun zeigen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Macht der Dunkelheit allmählich zunimmt. Ich freue mich schon, dich wiederzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017